Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Montag, der 26. März 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 338 und hier und heute ist der Pogipsi für euch da mit den folgenden Themen. Windows 10 ARM, Facebook, Delete Facebook, Telegram Update, Google Duo, Pray with Google, Nebel, Apple Pay Cash und WWDC 2018. So wie noch ein paar Emojis, die sich hier eingeschlichen haben. Beginnen wir gleich mal bei den ersten, etwas durchzogenen Testberichten zu Windows 10 ARM Geräten. Das sind ja die neuen Windows 10 Geräte, die sehr viel versprochen haben, unter anderem eine LTE-Konnektivität und unglaublich lange Akkulaufzeiten, unglaublich lange im Sinne von gegen die 20 Stunden. Bei den ersten Tests hat man das Ganze natürlich deutlich stark durch die ganzen Benchmark-Programme durchlaufen lassen und alles mögliche getestet. Wie konnte es anders sein? Die, ja, wie soll ich sagen, Tester waren nicht ganz so überzeugt davon. Ist ja vielfach so bei neuen Gerätschaften, neuer Software etc. Kann es noch ein bisschen harzen. Ich glaube, da hat Microsoft eine gute neue Plattform geschaffen für sich. Und ja, ich bin extrem gespannt und freue mich auch auf die ersten Geräte aus dieser Generation oder aus dieser Geräte-Generation, besser gesagt. Gehen wir weiter mit Facebook, denn da wurden anscheinend jahrelang Metadaten von Anrufen und SMS gesammelt. Gleich mal für alle iOS- und Windows-Phone-Nutzer. Mal vorab, die sind außen vor, denn es handelt sich hier um ein Mistake, um ein Problem auf Seiten von Android. Früher gab es eine Schnittstelle, die es erlaubte, App-Anbietern direkt auf die Metadaten von SMS und Telefonen zuzugreifen. Und da hat unter anderem, Facebook nicht alleine, da haben viele andere auch, drin rumgestochert, sich die Daten rausgeholt. Es hat sich da nämlich eine Person auf Twitter sich das Ganze mal ein bisschen genauer angeschaut und rausgefunden, dass eben drin steht, zum einen mit wem und wie lange er damit telefoniert hat. Also alles Daten, die Google sowieso über euch hat, damals aber eben noch weitergegeben hat an weitere. Und hier ist natürlich zu hoffen, dass diese Daten rund um Delete Facebook, den Skandal, nicht weitergegeben wurden an andere Hersteller oder an andere Firmen, die sich solche Daten einkaufen. Daumen drücken ist somit angesagt. Geht es weiter zu einem anderen alternativen Messenger. Telegram, den gibt es ja seit circa vier Monaten, glaube ich, jetzt auch für Windows. Und der hat da ein bisschen ein grösseres Update bekommen oder eben nicht ganz so ein großes Update. Es sind ein paar neue Emojis reingekommen. Viel wichtiger ist natürlich die Neuigkeit. Telegram hat gegen Ende letzte Woche verlauten lassen, dass sie jetzt über 200 Millionen aktive Nutzer pro Monat haben. Für so einen, in Anführungsschlusszeichen, kleinen Messenger keine schlechte Zahl. Anders gesagt sogar eine gute Zahl, wie ich finde. Na dann, gehen wir weiter zu Delete Facebook. Das nimmt ja aktuell, ja, alle schreiben drüber und keiner macht's oder eben dann doch. Neben ein paar deutschen Geschichten, die man mitbekommen hat um Dr. Oetker etc. Hat auch Elon Musk nach einem Tweet von einem Follower, ja, SpaceX und seine eigene Facebook-Seite gekillt. Instagram ist noch vorhanden. Die Frage ist, macht er es gleich wie Dr. Oetker und kommt nach zwei, drei Tagen wieder zurück? Oder bleibt er wirklich permanent von Facebook weg? Da bin ich echt gespannt. Die meisten werden es eh nicht umsetzen, die anderen rudern wahrscheinlich sowieso zurück. Ich bin mal echt gespannt, wie sich das entwickelt. Habt ihr eure Facebook-Accounts gelöscht? Gerne in die Kommentare oder über Social Media. Es gibt da auf dem Play Store, im Play Store, diverse Apps, die man sich downloaden kann. Eine davon ist, und die wird vielfach auch mitgeliefert, Google Duo. So, ein kleines Appchen, mit dem es möglich ist, Videocalls zu machen. Also FaceTime auf iOS ist etwa ein Pendant dazu oder Skype auf Windows. Und eben Googles Duo ist ja der neueste Versuch, den sie in die Richtung Messenger gewagt haben. Der hat ein Update bekommen auf die neueste Version 30 und die ist nicht ganz so. Wenn ihr das Update noch nicht gemacht habt, wartet. Wenn ihr es schon gemacht habt, macht wieder ein Downgrade. Denn Google hat bestätigt, dass es Probleme mit der Lautstärke von den Audiosignalen gibt. Nicht gerade praktisch bei so einem Rap und somit eben Downgrade, falls ihr es schon gemacht habt. Ansonsten wartet mit dem Update, bis die nächste Version rauskommt. In der Kirche darf man normalerweise sein Smartphone nicht nutzen. Anders wird das jetzt sein in Britannien, in England. Denn die britische Kirche hat jetzt nach einer Testphase in 40 Kirchen mit kleinen Terminals jetzt das Ziel gefasst, die ganzen Kirchen in England, das sind insgesamt 16.000, mit Lesegeräten auszustatten. Damit man eben nicht nur mit Münz oder Noten bezahlen kann, sondern zukünftig auch mit Google Pay oder Apple Pay. Mir gefällt das. Ich würde auch gerne so bezahlen, wenn ich da dabei wäre. Auf jeden Fall. Das MIT hat oder forscht aktuell an einer Kamera und diese Themen sind aktuell sicherlich nicht, oder das Thema ist aktuell sicherlich deshalb aufgekommen, weil es vermehrt Beiträge gibt über schlechte Sicht und Kameras, die eben bei Nebel und ähnlichem nicht ganz so gut sehen. Das MIT forscht nämlich an einer Kamera, die auf Laserbasis arbeitet und somit auch durch Nebel hindurch Gegenstände ertasten kann und somit dem Auto zumindest einen Hinweis geben kann, dass da vorne was ist, worauf er oder sie oder das Auto besser gesagt achten sollte. Sicherlich keine Technik, die man ins Smartphone einbaut, um zu fotografieren, sondern eben einfach ein Distanzmesser, wenn die Sicht nicht so gut ist bei Nebel. Generell ein guter Ansatz und für solche Technologien sicherlich sehr notwendig, denn Nebel gibt es immer wieder. Vorher hatte ich es ja gerade mit dem digitalen Bezahlen. Apple bewirbt aktuell diverse Produkte, hat auch wieder neue Werbespots in sein Sortiment, hat wieder drei neue Werbespots, mit denen sie eben unter anderem für Apple Pay werben und im neuesten dieser drei werben sie eben für Apple Pay Cash. Das ist die Möglichkeit, zwischen zwei iOS-Nutzern via iMessage Beiträge oder Geldbeträge zu überweisen, was aber leider ja immer noch nicht bei uns in der Schweiz zum Beispiel funktioniert. Geschweige dann Deutschland und Österreich, die sowieso kein Apple Pay haben. Ich hoffe, dass das Feature bald auch mal über den grossen Tümpel rüberkommt. Zu guter Letzt habe ich noch ein paar Emoji-Geschichten für euch. Zweimal im Jahr ist es, glaube ich, wo die Emojipedia-Vorschläge oder besser gesagt neue Updates an Emojis raushaut. So rum wollte ich sagen, genau. Und vor diesen Treffen können diverse Organisationen Vorschläge einsenden. In circa einem Monat ist es so weit, da trifft sich eben das Konsortium und bespricht, welche neuen Emojis aufgenommen werden. Jetzt hat Apple neue Emojis vorgestellt und die gehen total im Bereich Barrierefreiheit. Sei es ein Blindenhund, ein Blindenstock, ein Rollstuhl, ein Hörgerät etc. Also alles in allem ein sehr sinnvolles Update und ich hoffe, dass diese Emojis in den Sammelsurium der Hunderten oder keine Ahnung wie viele, dass es mittlerweile schon sind, Emojis aufgenommen wird. In diesem Sinn waren es die News, die ich heute für euch bereit gehabt habe. Morgen für den Dienstag werdet ihr mich nicht hören, denn ich bin dann in Paris. Geh mir das neue Huawei P20 anschauen. Da wird der Archiventag für mich übernehmen. Und ja, morgen haben wir ja auch sicherlich Neuigkeiten von Apple. Die haben ja auch morgen ein kleines Event in Chicago. Wir dürfen gespannt sein, was da alles kommt. Euch wünsche ich auf jeden Fall einen schönen und erfolgreichen Tag. Und einen kleinen Tipp, wenn ihr auf Facebook seid, facebook.com slash geektalk, geht da mal vorbei. Heute um 8.10 Uhr werden wir etwas Kleines leaken. Und um zur gleichen Zeit auch auf dem Geek Talk Mutteraccount, also at geektalk underscore ch, gibt es einen kleinen Hinweis zu dem Leak. Geht mal vorbeischauen. In diesem Sinne, euer Pogipsi. Habt einen schönen und erfolgreichen Tag. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.